Hallo, ich bin's, Anna, die Gewinnerin des Castings von GameTV Schweiz. Heute erscheint Grid Legends, das neue Rennspiel von Electronic Arts und Co-Masters. Grid Legends verspricht rasanten Nervenkitzel und ikonische Rennmomente. Hier erfährt ihr das Wichtigste darüber. In der Story wirst du zum Star einer fesselnden Rennshow mit einer bahnbrechenden Extended Reality-Produktion, die dank einer Weltklasse-Besetzung mit Stars wie in Kuti Gatwa zum Leben erweckt wird. Stelle dich leidenschaftlichen Persönlichkeiten, Fahrerlagerkonflikten, dramatischen Momenten auf der Strecke sowie dem berüchtigten Team Raven West Motorsport, während eine realitätsnahe Dokumentation jeden Moment einfängt. Bestreite Rennen, verbessere jedes einzelne Auto des größten Grid-Fuhrparks aller Zeiten und passe es an. Von klassischen Tourenwagen über Einsitzer bis hin zu Sattelzügen ist alles dabei. Tritt auf über 130 Strecken an, zu denen echte Rennstrecken wie Brands Hatch und Indianapolis, historische Grid-Veranstaltungsorte und neue Orte wie London und Strada Alpina gehören, sowie viele weitere, die noch enthüllt werden. Erstelle das ultimative Grid-Event aus traumhaften Driftrennen, Ausscheidungsrennen für mehrere Klassen sowie Elektro-Auto-Events mit Post-Toren. Passe die Bedingungen nach deinen Vorstellungen an und spiele dann online, um Spieler in deinem einzigartigen Rennen herauszufordern oder einen Blick auf die Events anderer Spieler zu werfen. Dies war's vorerst von Grid Legends. Habt ihr noch Anregungen oder möchtet ihr mir eure Wünsche mitteilen, über was ich zukünftig in den Game News berichten soll? Dann meldet euch doch einfach unter Anna at GameTV.ch. Bis zum nächsten Mal, eure Anna. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.